Boah, leck. Ich will nämlich gerne wieder die alte Bringer-Verteilung haben. Nur der ganz hohen Nationwalk kriegt Bringer-Titel. Der beste Force-Blader, der beste Blader und so weiter. Es sind nämlich genauso viele Bringer-Titel wie jetzt. Ich nerf mich immer die ganzen Lowys, die den blöden Mist schauten. Das war damals nämlich noch richtig geil. Da konnte man richtig kämpfen mit den besten FBs zusammen. Also streitet man sich halt um den Bringer-Titel. Wer macht den heute? Damals war es doch geil. Und als Force-Blader jetzt Bringer zu werden auf dem hohen Nationwalk ist so gut wie unmöglich. Weil die meisten halt entweder Frau Schilder oder Warrior sind. Frau Schilder ist klar wegen AOD. Die können ja richtig schön Punkte fahren. Pots schon mal reinhauen. Bringer ist getauscht. Der PC läuft auch noch gut. Ja, komm. Okay, fangen wir an. Nein, was mach ich denn? 7200. Jetzt mach ich sogar mehr Crits als vorher. Mann, mein Retour klappt nicht. Und ich critte gerade nix. Das war so klar. Ey, das krieg ich schon wieder gerabt. Fick dich einfach. Okay, also finishen werde ich den Dumpf wahrscheinlich nicht, weil es zeitlich sehr, sehr knapp jetzt wird. Aber ich würde es natürlich so weit machen, wie ich halt komme. Ich schnapp mich schon wieder, ey. Warum klappt denn das scheiß Weetagen schon wieder nicht, ey? Ja, schon wieder. Ja, ich drück doch die Taste, fick dich doch langsam. Und jetzt ein Leck. Sehr schön. Gerade kommen so schadet. Das ist so wieder geil, ey. Eigentlich wollte ich einen schönen One haben und dort passiert, das fehlt nur. Weil irgendein kleinen Scheiß immer hier ist. Lags entweder oder das Weetagen klappt irgendwie nicht. Weil ich drück die Taste und es passiert nix. Mann, so was krieg ich. So was hasse ich. Vielleicht hätte ich nur den einen Tag da aufgenommen, weil das war so wunderbar, das lief einwandfrei durch. Selbst der erste Boss war schon einmal wieder voll, also. Oh, Mann. Oh, Mann. So, mehr, das läuft jetzt nicht einwandfrei. Nein, jetzt habe ich auch tödt. Das... Ah, wieder so Kleinigkeiten verpennt. Na, ne? Ja, normalerweise würde ich ihn jetzt haben. Normalerweise, ja. Ja, ich habe ihn. Ah, endlich, ah. Fuck. Was ne Aktion, ey. Was ne Scheiße Aktion jetzt gerade. Das wären wir sicherlich 5 Minuten noch, die ich übrig hätte. Also, durchschaffen werde ich die dann auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Also, schaffen von der Zeit her nicht. Aber natürlich werde ich so weit machen, wie ich komme. Und schon wieder Leck. Und schon wieder Leck. Ah. So, der NPC müsste jetzt auch verschwinden. Ja, aber ihr habt es gesehen, ich habe es endlich geschafft. Tja, nach langem testen aber auch, also offscreen, also nicht während der Aufnahme. Ich habe hier rumgetestet, auf jeden Fall. Hab mir auch eure Tipps sehr zu Herzen gegeben. Einer hat einen ganz großen Texter geschrieben. Und alle mit. Das ist genial, wenn ihr dabei seid, wenn ihr mitkommt. Das Geniale ist einfach nur, äh, da kann ich einfach ein Kombo dran stehen und rampen. Ohne Ende. Mitkommt, 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 mitkommt. Mitkommt. Rosa. Ich kriege ihn nicht, ich kriege ihn nicht. Ich kriege ihn nicht angeklickt, aha. Egal, ich stoppe hier alles. Oh, ich habe wieder Leck, wie ich das hasse. Ich Embassyừ. Ja, ça. Ja. 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 Mann, liegen da schön viele Bücher so, wenn man aufheben, ne? Aua, er drückt mir gerade. Hui. Aua, der Weespawn kommt gerade. Perfekt. Na egal, der sehe ich schon. Boah, jeder Fall, wenn ich einen Mob down habe, also einen Boss down habe, kriege ich einen Stammfeld. Boah, nervig. So, ganz schnell weiter. Wo soll er? Mucha, komm her. Mucha ist eigentlich nur gefährlich, wenn er alleine ist. Bei so vielen Mobs ist der wunderbar zu tanken. Wie ihr seht, meine HP geht runter, aber ist auch sofort wieder voll. Schwägen. Okay, jetzt sind die meisten Mobs down. Jetzt können, oah, voll debuffen, fick dich. Hm, heute funktioniert gar nichts. Heute, heute funktioniert echt nichts. Haha. So... Oh something. Oh, shit. Ooh. Okay. Halt! Stop! Bleib da hinten! Ach, du triffst auch von hier! Fick dich! Oh, stirb jetzt! Danke! So, bei dem habe ich folgende Technik. Also, viele machen das ja nicht, aber ich mache das. Weil viele machen halt nur, die würden jetzt WM gehen für... aber ich mache schon mal SP-Pots, äh, für Dings. So, mal schnell. Viele machen halt nur die vier Quests, äh, vier Kisten, sozusagen, für nur Dungeon. Also, einfach nur bis zu diesem Mob und dann war's das. So, stehen bleiben. Weil ich weiß, dass du wieder abhaust. Weil das ist ganz witzig. Wenn er da in der Ecke steht, attackt er komischerweise nicht. Deswegen habe ich ihn am Bug gegeben. Und schon wieder Standbild. Ey, ist das herrlich? WTB-Z-WR-O-JS, wykorzen und AR-PWR-Neet. WTB-Z-WR-Neet. WTB-Z1-WR-Neet. WTB-Z1-WR-E-WR-N-WR-E-WR-N-WR-N-WR-N-WR-S, Wie gesagt, das ist wie eine Safe-Zone, attackt einfach nicht. Und jetzt habe ich auch kein Anmuch. Doch, jetzt habe ich mich auch nicht. Okay, jetzt ist es vorbei. Jetzt kriege ich mich nicht mehr in die Ecke. Attackt der. Oh, das ist nur so ein kleiner Tipp neben Rande. Also, das habe ich letztens mich herausgefunden, wo ich hier Solo drin war. Also, wo ich das halt getestet hatte. Das finde ich immer herrlich. Weißt du, den einen Mob, den kriege ich gerade nur. Oh, jetzt kriege ich den. Okay. Obwohl der gar keine D-Bus drauf hatte. Jetzt darfst du sterben. Danke. Weißt du, den Katan auf Amp. Ja, gleich mal in der Gilden denken. Hm. So, die... Also, Riot und Arc schildern wir hier auch in. Nur im Kombo. Zaya ist gerade weg. Das ist schön. Die Funktion von ihm habe ich noch nicht verstanden hier. Der spawnt ab und zu hier in der Mitte und verschwindet dann wieder. Alter, habe ich kein Rantzeug an. So, habe ich. Oh, ein Standbild ist...